Hallo, Peter Herz. Na, man war schon gescheit. Nein, nein, passt schon. Astrid, ich bin zu Hause. Mach halbe jetzt. Wieso ist der sein Mittag junger? Hat der ein Jahr gemacht? Servus, Gumpel. Servus, Heinz. Hast du einen Ofen gehabt? Nein. Was? Nein, ich will filmen. Du musst ja das Gesicht aufnehmen, wenn sie kämpft. Das Gesicht. Das haben wir von dir. Das Gesicht. Dann kennst du auch drüben. Weißt du? Da waren Gespräche wie das Gesicht und dann geht dann schon. Wie war das? Das war auch so was. Kannst du dich noch erinnern? Das geht dann schon. Ja, weil der Winterspeck hat es ja gekriegt. Ich bin mir schon 23 Jahre alt. Wer ist jetzt heim noch? Da haben die. Haben Sie nichts gekriegt? Na, fahrt vorbei, ja. Ja, 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 ja. Wir haben uns warm noch gehabt. In der Nacht ist es kalt. Nein, ich nehme mir Cola dann, bitte. In der Nacht ist es immer kalt. Wir haben uns in der Nacht nicht kalt, aber es ist schon längst offen. Ja, 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 ja. Wir haben auch so warm wie per Tag. Ja, 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 jetzt dann. Ja, seit halb elf haben wir jetzt geschlossen. Das sind sechs Stunden. Ah, fünf Stunden. Ja, seit halb elf. Jetzt ist die Sonne eh schon wieder weg jetzt. Und jetzt wird es schon wieder kalt. Ja, ja, ich wollte ja früher auch. Fünf Stunden, sechs Stunden, fünf, halb elf Stunden. Ja, halb elf, sechs Stunden. Was gab's denn? Du hängst dir noch früher aufgestanden heute. Du hängst dir noch früher aufgestanden. Ja, da werden wir ungefähr so hinhalten. Wenn sie nachher passt. Bei uns einen Schmerz. Du, bei der Finger steuern oder was anderes. Du, Franz, du sollst noch mal anders noch mal duschen. Ah, Wahnsinn. Da mit halt, gell. Die Sonne wurde. Sauber gemacht. Wenn sie sauber ist, geht nix mehr. Dann wartet sie und dann geht nix mehr. Wenn sie sauber ist, dann geht nix mehr. Das ist gar die besten Scheiße. Das ist gar die Scheiße. Ja, ja, das ist schon scheiße. Wie, möchtest du die Baden noch? Nein, die Baden noch. Das ist einmal greifig. Oder was meinst du? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Der Kippe ist mit der ganzen Haarendrommel, der da so ein Weiberbuff ist. Die Feiber. So ein Weiberbuff ist groß, dass es helfen wird. Die Feiber, wie du da auch jagen. Die Funde zeigt Franz. Jaaa! Schauen Sie! Prost! 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 So sitzt du lieber am Mausstock dran.